Mein Name ist Andreas Ulrichs und ich kandidiere für einen Sitz im Stadtrat auf der Bürgermeisterliste. Ich engagiere mich seit acht Jahren in der Aktionsgemeinschaft Eichach für Wirtschaft und Handel. Für mich ist hier in Eichach wirklich euspernend. Eine wunderschöne Altstadt, schöne Geschäfte, tolle Gastronomie. Aber das Internet wird uns vor viele Herausforderungen stellen. Deshalb gilt es für mich, gutes Bewahren, neues Wagen. Mein größter Wunsch für Eichach ist, dass es mit der Politik von Klaus Habermann und seinem Team nach vorne geht und wir die Entwicklung immer weiter nach vorne treiben. Das sollte unser Wunsch sein. Mein Name ist Andreas Ulrichs, ich kandidiere für den Stadtrat auf der Bürgermeisterliste und dazu benötige ich eure Stimme. Doch noch viel wichtiger ist, geht wählen. Geht demokratisch wählen. Denn das ist gut für Eichach!